Ein Team der Russia Today-Agentur Ruptli TV ist in der Nähe von Sloviansk von zwei Truppentransportern beschossen worden. Mehr dazu nun von Lizzie Fallon, Produzentin bei Ruptli. Hören Sie mich, Lizzie? Können Sie uns mehr über den Zwischenfall sagen? Eine unserer Produzentinnen, die seit etwa einer Woche in Sloviansk ist, war zusammen mit Journalisten von Russlands Channel 5 auf dem Weg nach Dimitrovka. Ungefähr zehn Kilometer vor Dimitrovka kamen zwei Truppentransporter mit etwa zehn Mann der ukrainischen Nationalgarde, regelrecht aus dem Nichts, denn die Gegend wird momentan von Kräften der Volksrepublik Donetsk kontrolliert. Sie begannen sehr knapp an ihnen vorbei, durch die Luft zu schießen. Der Fahrer musste eine Vollbremsung machen, die das Auto beschädigte. Glücklicherweise ist niemandem etwas passiert. Ich sprach vor ein paar Minuten mit der Produzentin und sie sagt, nicht nur in ihre Richtung sei geschossen worden. Die ukrainische Nationalgarde schoss außerdem auf einen Eiscremetransporter, der in der Gegend war. Im Prinzip fuhren die beiden Truppentransporter die Straße entlang und begannen ohne ersichtlichen Grund zu schießen. Es geschah alles sehr schnell. Glücklicherweise ist der Wagen repariert und sie sind nun auf dem Weg zurück nach Sloviansk. Lizzie, dies ist nicht das erste Mal, dass Ruptley-Mitarbeiter ins Kreuzfeuer geraten. Unter welchen Bedingungen arbeiten Journalisten momentan in Sloviansk? Hier zu arbeiten ist vollkommen unberechenbar. Unsere Aufgabe ist es zu versuchen, über die Ereignisse so gut es geht zu berichten und dabei die Sicherheit all unserer Leute vor Ort zu bedenken. Wir stellen sicher, dass sie die absolut beste Schutzausrüstung haben, die unsere Produzentin in Sloviansk zu dem Zeitpunkt natürlich auch trug. Aber es ist sehr schwierig und wir hatten einige knappe Augenblicke, nicht nur in Mariupol bei dem schrecklichen Zwischenfall während der Siegesfeier letzte Woche, als eine unserer Produzenten angeschossen wurde. Wir hatten auch einige andere Zwischenfälle, bei denen unsere Produzenten Zusammenstöße mit der Nationalgarde filmten, so wie letzte Woche in Krasnoy-Maisk während des Referendums, als die Nationalgarde vor einem Wahllokal das Feuer eröffnete. Wir hatten einen Produzenten dort, der das filmte. Offensichtlich ist es eine sehr gefährliche Situation und wir sahen viele Vorfälle, bei denen zunächst alles ruhig erschien. Und plötzlich gibt es einen Moment, in dem die Nationalgarde wahllos um sich schießt. Für uns ist das sehr besorgniserregend und wir müssen das Risiko gut abschätzen. Priorität hat die Sicherheit unserer Leute, bei zeitgleicher Sicherstellung, dass wir, so gut es uns möglich ist, exakt berichten, was hier vor sich geht.